Ich glaube, er ist gut! Ihr Scherz! Was für dich! Moment, ich bin kurz raus! Guter Schuss! Oh, der hat die Klasse aus! Halte das Feuer aufrecht! Der kommt los! Ich war hier dran! Ich werde diese Arschlöcke... Ah, du stehst im Weg, Junge! So. Uh! Da hinten ist die Treppe, oder was? Wo ist denn die Treppe da hoch? Ach da, bei Dracen vielleicht? Ach da, mhm. Gesehen. Okay. Alarm! Feinde entdeckt! Was? Vermindete Sichtweite! Was? Vermindete Sichtweite? Ich weiß gar nicht... Ich sehe da gar nicht... Gar nichts! Okay. Puh! Da sollten wir nicht parken. Okay. Verlassen, ertroffenes Gebiet. Was? Verlassen? Verlassen? Okay. Schauen wir mal, wo es hingeht. Trrrrrr... Trrrr... Nachrichten, AntjeUR... Arsch. Langs. Beide. Naás. 비. Verlassen? Kaz... grief. Man! Beide. Ver tijd. Verletz. Ver mindset. Okay So, irgendwie ist die Mission sehr seltsam, finde ich Wisst ihr, was ich meine? Komische Mission Oh, nee Nicht schon wieder eine Bugleiter Ja Lass ich mich töten Division Die böse Leiter Töte mich Kann auch nichts machen, oder? So Ich hänge einfach mal so rum Ja, nee Ich muss das Spiel komplett dicht machen Das ist total nervig Weil ich muss das Spiel komplett zumachen Und dann kann es dann erst wieder neu aufmachen Und das ist echt doof Das ist echt dann Das ist richtig doof So Schauen wir mal Bin schon auf dem Weg, meine Lieben Tada Musik ist aus, könnte sein Wenn sogar die Musik schon aufhört zu spielen Dann ist das ein schlechtes Zeichen Hänge ich einfach mal so rum So Gucken wir mal Also die Leiter dürfe ich jetzt nicht mehr erklimmen Ja, weil die ist böse Ich weiß aber auch nicht, wieso das kommt Oh nee Echt jetzt muss Warte mal Blitzreise zu Dracen Böse Leute Dankeschön Dankeschön Ichin Äh Böse Böse we don't need no water mit dem jdf officer officer was steht hier so rum naja wenn du so fragst nie stirb stirb Ich glaube, das läuft. Oh, das war nix. Habe ich eigentlich das Weekly-Ziel schon erfüllt? Weiß es gar nicht. Sollte mal gucken. John, blinnig. Tachchen. 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 Deswegen, Drayson, vielleicht mal so ein Zwei-Phasen-Ding. Ein Zwei-Phasen-Ding machen wir noch, oder? Schauen wir mal erstmal, was da drin ist. Oh, eine schöne Pistole. Ach, die Musik, so gemütlich. Oh, das kann weg. Ah, das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht wegmachen. Ah, nee. So, gucken wir mal, was haben wir hier noch? Nach Art. Ich würde es gerne nach Wert sortieren. Ausstattungswert, da haben wir es. Bei einer Entfernung von über 40 Metern zum Ziel wird der Schaden um 13% erhöht. Da ist das Ding eigentlich schon insgesamt ganz gut hier. Auch das hier ist gut. Aber das hier ist natürlich auch noch ein Wort. Pass auf. Nehmen wir die Taktik-ACR. Wo ist denn die mal schnell hoch? Da ich hauptsächlich mit Dirk kämpfen möchte, kriegt ihr auch die besten Werte drauf. Die ich halt momentan so habe. Dankeschön. Dankeschön. Wolfsgott. Das ist ein geiler Name. Da Wolfsgott. Geiler Typ. So, und die rüsten wir jetzt noch ein bisschen nach. So, gucken wir mal gerade. Haben wir jetzt alle noch ausgerüstet. Ich glaube, die Pistole, da hat man jetzt auch eine viel geilere auch im Übrigen. Irgendjemand rennt da, glaube ich, um mich rum. Sehr verwirrend. So. So, Pistole ist auch nachgerüstet. Drazen. Ich glaube, ich wäre dann mal so weit, ne? Warum bist nur du da? Weil kein anderer gerade online ist. Kann das sein? Nö. Ich kann ja noch mal gucken, ob noch jemand Bock hat. Ein Böckchen. Nö. Gerade ist keiner von meinen ganzen Leuten online. Aber John vielleicht. John, spielst du das auch? Sag Bescheid. Ich habe einen langen Weg vor mir. Du kannst gerne mitmachen, wenn du magst. Ach, bin ich wieder Gruppenkönig? Äh. Wenn mal einer mehr wären, dann würde ich John... John, such mal nach Zwerg-Tube und adde den mal. Mit John zusammen, glaube ich, wäre das ganz cool. Such mal nach Zwerg-Tube und adde mich mal einfach auf Uplay. Ach so, auf der PS4. Das ist ja weniger schön. Machen wir einfach nochmal so eine. Eine letzte, meine Liebe, für heute. Eine letzte, vielleicht auch eine vorletzte. Ich weiß es noch nicht. Warte mal, ist da noch jemand online? Drayson Pixel immer noch. Okay. Habe ich den Behälter jetzt geöffnet? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich warte einfach mal auf Drayson. Ja, schade, auf jeden Fall. Eine Analyse ihrer Aufklärungsdaten hat uns die Identität einiger sehr ehrgeiziger Cleaners verraten. Wenn sie sich das zutrauen, könnten sie sie ausschalten und dieses Feuer in Keim ersticken. Hm, das lassen wir mal. Okay, auf geht's. Rotary Elite. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Dann wünsche ich dir was. Mach's gut. Haben einen schönen Nachmittag, Abend. Schönes Wochenende. Warnung. Feinde entdeckt.